hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde terratec dieses mal die demo version oder die alfa version soll man lieber sagen nach dem e3 event dazu gab es ein paar kleinere updates ein paar triebwerke flüge sind dazugekommen und ich glaube auch das hoverboard aber antrieb an sich dazu geben wir zuerst einmal in raketen modus sind da wenn wir gleich sehen geht mir gebrauchte das letzte mal wenn ihr euch erinnert war es nicht so richtig erfolgreich und so da darauf waren einige tanks weg was man noch sieht eine neue umgebung kann ich ran zu können wie kann nicht ich hab ich kann ein foto gemacht cool jetzt kann man so okay man konnte hier ist man ein bild von seinen sachen machen gut auch nicht schlecht eine flugmaschine das können wir diesmal machen hoffentlich das nehmen wir einfach mal ganz einfache teile sie ist irgendwie nicht so hingebaut wie ich das gerne hätte aber hier mal dort sie mir ganz richtig aus aber egal zum hier habe modulen nein irgendwie einen kleinen antrieb nach hinten hier haben wir nein es wäre ein bisschen zu heftig von anfang ich möchte ich möchte einen kleinen antrieb was man hier aber antrieb könnten wir und dann schweben wir zumindest mal ich glaube so eine einzelne rakete gibt sie gar nicht doppelpack immer gute schauen wir heute mit diesem bild kommen wir können zumindest ordentlich aufräumen okay moment das haben wir gleich das haben wir gleich ich mal nicht gerade begraben wird von 5000 bauteilen dankeschön hierhin ich muss das noch mal das ist ein antrieb das ist ein antrieb müssen die so angebaut sein komisch und left man left okay gibt es auch irgendwo left habe ich nur linke flügel sagen wir wollten doch verkaufen wollte mich ich sollte mit nur linken flügel ach so haha okay ich hab's ich hab's nur keine panik nur keine panik und mir ist von potig drauf und rieder die träger schaut es gerade schlecht aus aber ich habe ein hammer blades unten drunter machen wir setzen jetzt einfach mal unsere räder eventuell eventuell dort kann ich nach unten kommen das ist so ein kleines mangelade ist ja auch nicht wie zurück zurück noch mal ein bisschen schnell ich möchte doch noch lieben gerne ein paar boos anbringen und oh gott es funktioniert es funktioniert wo ist zumindest warum das nicht funktioniert hat so wie wir weg machen und eventuell go wir sind etwas zu kopflastig so funktioniert es aber so funktioniert es ein bisschen zumindest okay das kriegen wir besser hin du da komm mit du da komm mit komm mit ich hab da nämlich so quasi was vor ähm ich brauche mehr hover blades eventuell nicht gerade ganz nach vorne aber es ist es wäre auch mal was du kommst her verdammt kriege ich nicht ähm kriege ich dich dankeschön kriege ich eventuell ich glaube sound hat es hier gar nicht nein das ganze ist sound los und wenn man die frage aufkommt warum ich keinen sound im hintergrund habe äh ich sag nur copyright claims die sind böse und ja bei youtube gibt es welche aber die gehen immer nur zwei minuten und äh ne warte mal es gibt ein bisschen äh die gehen ein bisschen länger aber ich finde ihn nicht so toll muss überlegen ob ich mir wieder neue musik im hintergrund beschaffe wenn ich denn dann fehlt ein wenn es so ein harter teilt aber ne mal glatt behaupten das wird nicht ganz was werden hups die besorgen wir uns erst mal dankeschön so na na ah ok na komm schon oh wie süß gerade das was ich brauche liegt auf der anderen Seite oh 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 na einmal runterrutschen noch einmal runterrutschen na komm schon komm 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 und zack ich krieg's immer noch nicht denkt turbo boost nach unten hier könnte ich noch booste hinbauen wie viel immer noch eine seite jetzt sieht's gut aus bitte bitte sag ich ja und damit würde ich sagen sind wir bereit für die air force one in 321 ja gut den rekord zu brechen weil es auch nicht so schwer foto von gemacht ok man sieht ich beherrschte das bauen eines flugzeugs immer noch nicht zumindest es ist eine rakete weg machen das sollte doch im bereich des möglichen einmal nein kein lange ich möchte das hier machen möchte einfach nur nach oben fliegen ganz einfacher zu tun ich will nur hoch hinaus das war schon zum noch machen könnte sein wird zu sagen hier wir machen uns eine richtig große base unten nein das nein aus ganz ganz böse beurteile ganz ganz böse beurteile ja na na komm ich denn irgendwie will sich nicht so tun wie ich es gerne hätte na gut dann bauen wir das mal so hoch können eventuell dann so ausrichten es ist jetzt natürlich auch nicht so wie ich das gerne hätte also irgendwie müssen sie noch daran arbeiten das möchte ich nicht so hinsetzen wie ich gerne hätte ist denn wenn ich jetzt so wie 200 das möchte ich auch nicht nein 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 einmal so ich glaube der will mich offiziell verarschen das hat doch style der verwendet das und der verwendet das ja an sich ja die fällt mir immer noch nicht wirklich das ist eher was immer noch nicht das was ich eigentlich möchte warum darf ich nicht das machen was ich bauen was ich bauen möchte so okay sind wir noch unzumählich aber egal mit dem müssen wir jetzt leider leben so wie meistens du gehst natürlich nicht nach vorne weg warum solltest du auch einfach flügelchen flügelchen die auch nicht nach oben zeigen oh jetzt vielleicht nicht gerade die richtigste aller richtung aber egal na 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 hm ich sage das ist falsch na komm egal wer braucht schon steuerflügel wir bauen die oben hin sagen jetzt einfach noch drauf kommen jetzt links rund noch hin wir haben ja schon bewiesen dass es die ultimativste waffe ist um nach oben zu kommen ich weiß immer noch nicht wie die leute es schaffen hier die flugzeuge zu bauen man merkt ich bin eher der panzer typ damit wenn wir noch ein da war noch ein perfekt warum wir hier ein hin und hier hin und mein gott sprit haben wenn wir noch verbrasseln wenn wir noch irgendwo einen großen beton liegt zwei große andere sogar noch etwas rechts lässt sich aber funktioniert damit kann man sich ausgleichen eventuell ist voll wir brauchen jede menge sprit ist was wir kriegen können herr wird hier und dort und hier so und so und damit startet die air force one in 3 damit man es auch wieder finden kann also 321 das funktioniert sogar ein bisschen ein kleines bisschen wir fallen leute wir fallen 1 15 meter das ist doch gar nicht mal so schlecht und ziehe jetzt so zack zack ach so macht man das so durch nur wenn man noch genügend sprit hat steffen hat 100 geschafft ich schaffe mehr ab geht's zack 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 wow verdammt ich habe einen rekord gebraucht das ist schön aber irgendwie wird es nicht abgesprengen okay dann eben etwas was wir eventuell können und zwar ich kann jetzt einfach mal hier die richtige mini war es aber so rede hin da kommt ein rad hin und da kommt ein rad hin die flügelbaum ist einfach mal ein bisschen mehr nach hinten drunter kommen die raketen antriebe wenn ich gerade mal hier unten platz hätte dankeschön ja dies geht so nicht aber so eventuell okay vergesst die idee mit dem klein schon wieder irgendwie wie das nicht so wie dann würde die sache noch mit dem etwas dickeren aus ist der hier ein kleiner flügel die seite dann der andere flügel war auf der seite du kommst hin du kommst hin dann haben wir jetzt nicht sitzen müssen wirklich ein paar räder angeschraubt werden nach noch einen großen tank und kein platz mehr na gut dann werden wir mal damit versuchen zu fahren komm schon ja ja ich brauche erstmal platz hier einfach mal weg waren so mit kommen moment du bist hier und jetzt bin ich das reicht nicht aus und ich schub zu kassieren wissen na na ja ok es sieht woraus aus den fall hinaus will man kann nun flugzeuge fliegen bauen mein ich fliegen kann man es eventuell auch nicht unbedingt ich aber bestimmt jemand anderes der das besser kann ich möchte ich aber noch ab und ab nach oben und ab ich weiß nicht warum ich die ganze zeit moment moment das muss ich jetzt machen tut mir leid natur muss zerstört werden ok mit diesem zeugnis mache ich jetzt ein screenshot und hoffe ich konnte euch meine flugfähigkeit etwas näher bringen die natürlich außerordentlich gut ich hoffe er hat spaß beim zuschauen okay gesagt das update davon den download davon müsste in der beschreibung finden würde mich freuen wenn ihr mir ein paar tipps geben würdet wie ich das ding fliegen kann denn ihr sehen könnt ich bin irgendwie bevor ich habe es ein viel spiel irgendwas sowas das zumindest bisschen fliegt okay nicht unbedingt immer aber ihr wisst was ich meine hauptsache kein rasen mehr sowie den hier also ich könnte auch umstellen mit dem ziel hoffe ich alles viel spaß und zuschauen würde mich freuen mir das nächstes mal wieder einschalten wird und bis dahin macht es gut und wie man ja neuer rekord dankeschön auch nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr